Randoms in Brawl Ball kennen wir alle und haben wir alle unsere Erfahrungen damit. Aber schaut euch den hier an. Da sind sie, Frank und Rosa kämpfen um den Ball und Rosa hat den Ball, aber Rosa schiesst doch endlich. Sie müsste nur schiessen und dann nimmt halt Frank den Ball, drückt noch nicht ab, erwartet erst bis Rosa kommt, jetzt der Ball und wir wissen es alle, wenn da dieser Zaun drin ist, dann kommt das Unvermeidliche langsam, aber umso schmerzhafter der Ball rollt da gemütlich zum Tor und irgendwann ist er drin und man kann nichts dagegen machen. Mein Gott, Rosa, wieso drückst du nicht einfach ab? Ja, wenn du solche Random hast, dann brauchst du keine Freunde.